Wir müssen nach rechts, wir müssen nach hinten weg. Die müssen kommen, Digga. Ja, ja, das ist recht. Die sind aber einer viel besseren, einer viel besseren... Genau, wir müssen abräumen, komm. Weiter. Nehmen wir den Sprungturm? Ja, ja, wir... Ne, ne, wir nehmen den Sprungturm, komm. Weil du hast schon recht, jetzt positionieren wir uns mal neu. Wir sind in der Kackposition und müssen irgendwo da hinten hin. Irgendwo, da hinten. Kriegen wir das da oben rauf? Ja, das stimmt. Gut, gut, den nehmen wir. Das muss sein, Uli? Boah, der war gut. Den hab ich. Danke, Digi. Top. Digi, äh, Smellet. Was können die viele sagen, Digi? Vielleicht nur der da drin? Das wird echt viel Risiko gerade. Wo ist er drin? Er will pushen. Bist du bei ihm? Wir müssen werden gemeinsam. Ja, dann alle gemeinsam. Alle gemeinsam. Er kann nicht, kann nicht, kann nicht, glaube ich, glaube ich. Ne, da sind drei. Links von dir, links von dir, Digi. Oh, und gutes Evo. Hast du eine Ulti, da kannst du reinpurschen? Ich habe den Elf genommen. Ich zieh nix. Der Feind belebt seinesgleichen. Ja. Ja, das ist geil. Geil, Mann. Du warst gut, ey. Digi, hast du gut geleitet, ey. Gutes Gefühl gehabt, weil wir pushen müssen. Gut gemacht. Ihr seid die Apex Champions. Sehr cool. Top, Digi. Top. Wir sind so gut, Digi. Wir sind so gut, ey. Mega, Mann. Mega. Oh, er war stark, ey. Mega gute Entscheidungen.